Gut. Oh, ich sag, wir haben ja das gerade aus dem Internet. Ich hab euch doch schon immer mal hier. Das sind wir hier? Ja. Ja? Komm mal, jetzt machen wir's. Wir kommen ja schon einmal durch. Oder? Komm mal. Stopp. Hallo. 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 Ja, nehmt sich? Ja, ne? So. Und sehen wir noch mal in der Papa heute? Ja. Wie schick wird das draus? Wenn mein Papa doch mal erzählt, warum sie mit deinen Haaren so schön. Ja, na klar. Die ja gleich einmal ausziehen. Na, die mag. Bring die mal gleich oben. Dann kannst du schon einmal kurz hinwürfen. Die, die mal dort ein. Ich hab dich mit keine mitmachen. Dann kannst du aber noch kurz hin. Dann kannst du mal her, wenn du mal bist. Das ist alles. Und dann kannst du mal kurz hinlagen, wenn du mal hier schon wie ich warst. Dann kannst du mal kurz hin. Dann kannst du doch mal hier, wenn du mal kurz hin und du mal hier warst. Dann kannst du mal wieder alles hinwasser. Ist das okay für dich, oder ist das Zeug? Nein, ist okay. Papi, du kannst einkaufen, wie man hier ist das? Nein, du, ich fahr lieber hier. Das ist besser. Stop. Willst du dir einfach so ein bisschen langweilig sein? Na, na. Oh, hier soll doch nicht abgeschritten werden. Ja, ein bisschen warm. Nicht wahr, Herr Müller? Oh ja, das wird immer ja hier. Aber ich wollte noch so schön lang haben, Papi. Die werden ja schon. Die kommen jetzt sicklig rum, da für die Sitze. Und wenn auch schon mal 60, ich kann das auch mal alleine entscheiden. So halte ich auch. Also, ich bin jetzt extra mit dir leer gekommen. Jetzt mach hier keinen Platz. Jetzt bleib mal da sitzen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Aber diese, ja, diese auch. Mach mal auf. Du willst auch die Schicker aussehen, also bis hier. Seit 10 Jahren war ich schon mal mit der gleichen Frisur rum. Das ist doch wirklich nichts. Jetzt sind wir extra hier bei H-Models. Bei H-Models kriegt man die ganzen Frisuren. Klar? Gut. Jetzt zeige ich mal, der Frisur so wie man es das vorstellt. Das ist doch gar nicht mehr, ne? Fast nicht. Fast nicht. Dann musst du uns nicht freuen. Aber du hast mir die Fotos versprochen. Die kriegst du. So, jetzt ist der Krumm drin. Jetzt kannst du dich weiter machen. Wie besprochen, allein, ne? Ja. Oh Gott, wie viel noch. Ja. 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 Ja.